Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Hm, rief's Nöfried. Womit er, das könnt ihr euch sicher denken, meinte, Björni, du bist wohl auf? Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Es ist doch alles in Ordnung, Björni. Du sollst doch nicht Björni sagen, antwortete das Kreuzchen, nickte dann aber beruhigend. Aber ja, es ist alles in Ordnung. Hast du das gesehen? Björni, Björn, deutete auf die Stadtmauer. Wie sollte ich das wohl übersehen? Hm, fragte es Nöfried. Warte mal. Warum kannst du mich überhaupt hören? Weil der Fluch der lautlosen Wälder hier unten keine Macht hat, antwortete eine fremde Stimme. Nöfried wirbelte erschrocken herum. Inzwischen hatte sich innerhalb des gewaltigen Holztores nämlich eine kleine Tür geöffnet. Und so sah sich Nöfried einer Gruppe merkwürdig gedrungener Gestalten gegenüber. Auf den ersten Blick waren sie Menschen nicht ganz unähnlich. Doch waren sogar die Größten unter ihnen noch ein gutes Stück kleiner als Nöfried. Ihre kräftigen Leiber schienen so breit wie hoch und damit stärker als die der Feenmännlein und Wurzelmännchen. Und natürlich waren sie größer als die Wichtel, die im Norden ihren Unfug trieben. Nöfried nahm deswegen zunächst einfach an, er hätte es mit den berühmten Zwergen zu tun. Obwohl diese Herrschaften hier offensichtlich keine roten Zipfelmützen trugen und nur wenige lange Bärte hatten. Doch wie Nöfried kurz darauf erfahren sollte, gehörten sie zum Volk der Tula und waren damit zwar ein kleines bisschen Zwergenhaft, aber eben erklärtermaßen keine Zwerge, worauf sie größten Wert legten. »Wie heißt dieses Pony noch?«, flüsterte Björns Nöfried zu. »Ich bin kein Pony!«, protestierte Svenny, der, wie sich bei dieser Gelegenheit herausstellte, ebenfalls ganz ausgezeichnet hören konnte. »Und ich heiße Svenny!«, hörst du, der stellt sich nicht so an mit seinem I am Ende, dann könnte ich dich auch Björni nennen.« »Nein!«, entschied der Kauzerbost. Ehrlich gesagt wollte Nöfried Björn gar nicht Björni nennen. Er fand es nur zu komisch, wenn der sich vor Aufregung aufplusterte, und zwar mit einem klar vernehmlichen »Fupp«. Und so »Fupp«, des Nöfried, den armen Björni noch ungefähr dreimal, bis der schließlich schimpfte, »Schluss damit!«. »Fupp«, des Nöfried, den armen Björn, den armen Björn, den armen Björn, den armen Jörn, 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 den armen Jörn,